Hallöchen, heute möchte ich euch die neue App Into The Circle vorstellen. So, wir beginnen einfach mal und checken ab, was wir machen müssen. Ah, jetzt schnall ich's geile Sache. Ist wie Billard. Alter, ist das für eine krasse Action. Ah, gut, okay. Probieren wir gleich nochmal. Jetzt schnall ich's, jetzt weiß ich, wie wir's machen müssen. Wir müssen dann auch gleich eine Weile doof bleiben. Von daher habe ich's jetzt verkackt, aber das ist erstmal halb so wild. Wir beginnen jetzt nochmal und checken mit nochmal ab. Yeah, der war gut. Oh, da müssen wir doller. Okay, okay, okay. Was sind denn die scheiß Sterne da? Die will ich doch nicht ausgeben. Aber dass das immer so lange dauert, finde ich echt bitter gemacht. Naja, gerade so. Oh. Oh. Der war knapp. Hätte auf jeden Fall ein bisschen weiterkommen können. Auf jeden Fall eine coole App. Auf jeden Fall richtig cool. Macht mein Bestes liegt jetzt bei 3. Ist zwar nicht so dolle, aber wir gucken mal, ob wir's noch irgendwie ein bisschen besser machen. Ah, bittere Sache. Also, wenn er im Orangen kommt, kriegt er zwei Punkte im roten Bereich. Kriegen wir nur einen Punkt? Habe ich gerade mal so rausbekommen. Ah, da sind wir zu weit. Alter, der war richtig Weltklasse. Der auch? Alter, jetzt läuft es. Ah, der ist vorbei, wa? Nee, doch nicht. Geil, 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 geil. Ja, das ist richtig lässig gerade. Nein, zu weit. Aber auf jeden Fall coole App. Macht auf jeden Fall riesen Fun. Wir haben einen neuen Rekord am Start. Der Rekord liegt jetzt bei 17. Schreibt ihr mal euren Rekord in den Kommentaren. Würde mich interessieren. Hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Schreibt ihr mal in den Kommentaren, wie ihr die App so findet. Ob ihr sie noch eine Weile zockt. Ob ihr sie durch mich kennengelernt habt. Oder eventuell schon vorher kanntet. Würde mich auf jeden Fall alles interessieren. Wie gesagt, wäre cool von euch. Ich wünsche euch mal. Bis dann. Tschö.